Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Videos auch der Kommunikation dienen und auch zum Nachdenken anregen und womöglich auch Hilfe bieten. Dieses Video ist wieder eins entstanden anhand einer Mail, einer Zuschauerin. Die Zuschauerin teilt mir mit, dass ihre Tochter ihre beiden Kinder die Piekser geben möchte, und zwar gegen die Grippe. Ja, jedes Jahr haben wir Grippe. Manche Menschen bekommen einmal im Jahr Grippe, manche sogar zweimal oder noch öfter, je nachdem wie stark das Immunsystem ist. Und es hat sich in den letzten Jahren mehr oder weniger eingebürgert, dass vor allen Dingen ältere Menschen einen Piekser bekommen, damit sie diese Grippe nicht bekommen. Damit also das Immunsystem, welches bei älteren Menschen meistens schon etwas geschwächt ist, damit dieses Immunsystem nicht noch härter arbeiten muss gegen diese Invasoren, wenn man sie so nennen möchte. Und nach und nach bürgert es sich auch immer weiter ein, dass Menschen, Eltern, ich nenne es mal dazu überredet werden, auch ihre kleinen Kinder pieksen zu lassen gegen diese Grippe. Ich gehöre glücklicherweise zu der Generation, die Grippe noch ganz normal bekommen hat. Sowieso die meisten Kinderkrankheiten, auch Mumps, auch Röteln, auch Masern. Das sind alles Krankheiten, die man einfach bekommen hat und die hat man überlebt und damit wurde auch das Immunsystem gestärkt. Alles, was man bekommt, hat einen Sinn. Auch wenn man Durchfall bekommt, es hat einen Sinn. Auch Magenschmerzen haben einen Sinn. Ja, sogar jeder einzelne Pickel hat einen Sinn. Der Körper reagiert auf Invasoren von außen. Und er schützt sich damit nicht nur, er stärkt sich auch. Aber irgendwie sind wir weggekommen von diesem natürlichen Denken. Das Denken, dass eine Krankheit womöglich auch Sinn machen könnte. Was bringt Eltern dazu, ihre Kinder einen Piekser geben zu wollen gegen Grippe? Ich gehe davon aus, dass wirklich die allerbesten Intentionen vorherrschen. Das ist doch klar. Eltern lieben ihre Kinder. Und wenn Eltern sogar bereit sind, womöglich diesen Piekser privat zu bezahlen, weil die Kinderpraxen nicht genügend Vorräte haben, dann zeigt das, dass die Eltern besorgt sind. Dass sie für ihre Kinder nur das Allerbeste möchten. Aber ist es auch das Allerbeste? Ich weiß es nicht, denn ich kenne die Kinder nicht. Ich weiß nicht, ob die Kinder sehr schwach sind, womöglich mit vielen Vorerkrankungen. Es gibt Kinder, die sind so schwach, die haben ein so schwaches Immunsystem, Vorerkrankungen, womöglich sogar Behinderungen, dass es für sie besser ist, wenn sie einen solchen Piekser bekommen. Bei gesunden Kindern verhält es sich allerdings anders. Bei Kindern mit Vorerkrankungen oder sogar Behinderungen, angeborenen Krankheiten, kann tatsächlich eine Grippe tödlich sein. Ja, das gibt es. Es gibt solche Kinder. Und nicht wenige. Aber für gesunde Kinder ist eine Grippe eine Krankheit, die sie normalerweise sehr leicht überstehen. Wie Sie hören, ich bin keine grundsätzliche Gegnerin von Pieksern. Es kommt immer auf die einzelne Situation drauf an. Was ich sehr schade finde, ist, dass wir in eine Zeit hineingekommen sind, in der sich Eltern nicht mehr trauen, der Natur seinen Lauf zu lassen. Die Eltern möchten ihre Kinder schützen. Wer will das nicht? Alle Eltern wollen ihre Kinder schützen. Sie möchten nicht, dass ihre Kinder Schmerzen leiden. Überhaupt keine Eltern wollen das. Und wenn ein Kind leidet und Schmerzen hat, dann leidet die Mutter mit. Die Mutter ist mitkrank. Das Herz der Mutter tut weh, denn ihr Kind leidet. Aber es gehört mit zur Natur. Seit Jahrtausenden von Jahren gehört es mit zur Natur, dass Kinder, aber auch Erwachsene, manchmal krank werden und wieder besser werden. Und das halt auch von der Natur es so womöglich eingerichtet wird, um das Immunsystem zu stärken. Und mit jeder Krankheit wird, wie gesagt, ich spreche von gesunden Menschen, also die ein gesundes Immunsystem haben, mit jeder Krankheit wird der Körper etwas stärker. Was bringt Eltern dazu, ihre Kinder schützen zu wollen vor ganz normalen Entwicklungen? Selbstverständlich eine Angst. Wir leben in der Zeit der Angst. Wir leben in der Zeit, die ist geprägt von Angst. Und Angst lähmt den Verstand. Wenn ich Angst habe, kann ich nicht mehr nachdenken. Und ja, ich denke auch viele Eltern lassen sich von dieser Angst leiten und sind gelähmt und wissen nicht, was sie tun sollen. Fest steht, egal welchen Eingriff ich meinen Kindern zufüge, jeder Eingriff birgt immer eine Gefahr. Jeder Piekser birgt eine Gefahr. Das bedeutet also, dass Eltern ihren Kindern eine Gefahr aussetzen, um zu verhindern, dass sie in Zukunft womöglich in eine Gefahr hineingeraten. Womöglich hineingeraten, denn es ist nicht sicher, dass sie eine Grippe bekommen. Nicht jedes Kind bekommt eine Grippe und nicht jedes Jahr bekommt eine Grippe. Ich gehöre zum Beispiel zu den Kindern, die fast nie eine Grippe hatten, die fast nie krank waren. Und ja, ich fand das als Kind schlimm. Ich wollte auch mal krank sein und wie die anderen mal eine Woche zu Hause bleiben. Das war nicht der Fall. Ich war immer da. Ich war nie krank. Ich weiß auch nicht, weshalb. Womöglich, weil ich ein gesundes, starkes Immunsystem habe. Weil meine Eltern halt auch nicht so besorgt waren. Wir haben draußen gespielt, wir haben Dreck gegessen, wir haben Wasser aus dem dreckigen Fluss getrunken. Ja, ich habe das schon öfter erzählt. Das sind halt auch Dinge, mit denen man groß wird. Mit denen sind wir groß geworden. Aber jetzt sind wir weg von dieser natürlichen Situation. Es geht immer mehr in Richtung Kunst, künstliche Situation. Immer mehr weg vom wirklichen, gesunden Menschen. Wir bewegen uns immer mehr in Richtung eines kranken Menschen. Ja, ich nenne es einen kranken Menschen. Auch mit einem kranken Denken. Denn es gehört nicht zu einem gesunden Denken. Und das ist meine persönliche Meinung. Kinder einer Gefahr auszusetzen, vor dem Hintergrund, dass sie womöglich in eine Gefahr hineinraten könnten. Die Eltern haben ein gutes Argument. Ein sehr gutes Argument. Dass sie ihre Kinder jetzt diesen Piekser gegen die Grippe geben lassen möchten. Sie argumentieren, und das sind viele, viele Eltern, nicht nur in Deutschland, weltweit. Sie argumentieren, wenn sie den Piekser bekommen, dann können sie diese Gefahr, diese Grippe nämlich nicht mehr bekommen. Und dann ist es klar, dass wenn sie dann eine gewisse Symptome entwickeln, einen Schnupfen oder irgendwelche anderen Dinge, dass das dann Symptome sind, die nicht auf eine Grippe hindeuten, sondern die dann auf diese andere Krankheit hindeuten. Das heißt, die Eltern wollen für sich Sicherheit. Und auch für die Situation, dass die Kinder dann noch zur Schule dürfen oder auch nicht. Das ist eine irrsinnige Argumentation. Das heißt, ich setze meinen Kindern ganz bewusst eine Gefahr aus, um sie zu schützen vor einer möglicherweise Gefahr. Aber vielmehr noch, ich möchte damit für mich auch sicher gehen, dass die Symptome, die meine Kinder dann haben, nicht zu dieser einen Geschichte, sondern zu der anderen Geschichte gehören. Merken Sie, wie verrückt dieses Denken ist? Und wie gesagt, das war eine Mail einer Zuschauerin. Und ich mache dieses Video, weil es nicht nur diese eine Mail ist, weil es Hunderte, Tausende von Eltern sind, die sich im Augenblick genau die gleichen Sorgen machen und die genau die gleichen Überlegungen anstellen und die womöglich auch darüber nachdenken, ob sie ihren Kindern den Piekser geben möchten. Kinderkrankheiten, bestimmte Kinderkrankheiten, gehören zur Kindheit, zum Aufwachsen und zum Erwachsenwerden mit dazu. Man kann sein Kind nicht vor allem schützen. Ich sehe Kinder heute mit einem Helm auf, auf dem Kinderspielplatz. Mit einem Helm. Ja, okay, ich sehe ein, wenn Kinder mit dem Fahrrad unterwegs sind und da ist Beton und sie stürzen schon mal schneller, dann macht der Helm Sinn. Dann sage ich, okay, warum nicht? Aber auf dem Spielplatz mit einem Helm? Ja, natürlich, ich möchte mein Kind schützen. Kinder haben ein Handy schon mit vier Jahren, damit man immer weiß, wo sie sind. Und wehe, das Handy ist mal zwei Minuten, wenn sie etwas älter werden, nicht an. Die Eltern bekommen die totale Panik. Ich sehe sogar Kinder an der Leine. Ja, damit man sie jederzeit unter Kontrolle hat. Immer weniger Kinder spielen draußen. Das ist traurig. Sie wachsen nicht mehr mit der Natur auf. Und ja, die Städte sind gefährlicher geworden. Es ist nicht mehr wie früher. Wir haben draußen gespielt, bis es dunkel wurde. Um sechs Uhr war Abendessen. Da mussten wir drinnen sein. Oder halt, wenn es dunkel wurde. Wenn die Dunkelheit, wenn es so dämmerte. Dann musste man nach Hause. Das wussten alle Kinder. Und dann, es waren viele, viele Kinder draußen. Und innerhalb von zehn Minuten war die Straße leer. Weil alle Eltern wollten, dass die Kinder nach Hause kommen. Bei manchen wurde das ein wenig strenger gehandhabt. Bei anderen weniger streng. Ich bin mit 18 durch Europa getrampt. Mit Interrail. Und wenn wir keinen Zug hatten, dann sind wir auch Stücke getrampt. Durch Italien, durch Portugal, durch Griechenland. Das geht heute nicht mehr. Das ist mir schon klar. Das waren schöne Zeiten. Wir haben schöne Zeiten erlebt. Ja. Das geht heute nicht mehr. Das ist mir schon klar. Aber man kann sein Kind nicht vor allen Gefahren schützen. Und das sollte man auch nicht tun. Denn das Leben ist leider, so ist es, das Leben ist gefährlich. In dem Augenblick, in welchem wir geboren werden, fängt das Leben an, gefährlich zu sein. Und es hört nicht auf, bis an dem Tag, an dem wir sterben. Ja. Und manche sterben früher, andere sterben später. Das Leben ist nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Auch nicht, wenn wir gepikst und gechippt und sonst was sind. Im Gegenteil.